Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben ja in den letzten Jahren so viel Bullshit von Activision und Call of Duty gehabt und Battle-Pässe und jetzt gibt es Black-Sale-Pässe, was für mich eigentlich nur Scam ist, aber man kann drüber hinwegsehen, man muss es nicht kaufen. Black-Sale-Pässe und der Inhalt davon verändern im Prinzip nichts, was in-game passiert, sondern nur die Optik. Und auch wenn sich viele wünschen, dass man diese komischen Clown-Skins und diese alle gibt, einfach irgendwie per Einstellung auf Default setzen könnte, weil die nerven einfach. Ist es alles irgendwie ertragbar, weil man es nicht kaufen muss und wir eigentlich immer in ein Paket bekommen, was einem versprochen wird. Jetzt die letzten Wochen hat Activision es ja aber erfolgreich geschafft, nochmal ein paar draufzusetzen. Ihr erinnert euch an die Handschuhe, die ihr für 90 Euro bekommt, wenn ihr aus den bestehenden Bundles bestimmte kauft, zusammenkauft, dann kriegt ihr die Handschuhe. Dann gab es die Remastered Camo aus, ich glaube, World at War sogar, wenn ihr 100 Euro im Shop da lasst. Und ihr seht, wir haben mal angefangen mit 2 Euro Skins in Ghost und sind mittlerweile bei Skins, die teilweise als Package 30 Euro kosten, 3000 COD Points, 2400 COD Points. Dann gab es schon Packages, wo ihr 3 Stück kaufen musstet, damit ihr den einen Godzilla bekommt. Jetzt gibt es Sachen, die ihr bekommt, wenn ihr 100 Euro ausgebt. Diese Leiter geht immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und all das ist meiner Meinung nach schon, gerade wenn man die Qualität von Call of Duty mittlerweile anguckt, Scam, Betrug und Verarsche. Und man geht da mit SBMM auf Dummbauer fangen. Also man sucht sich halt die, es klingt blöd, teilweise blödesten Leute raus. Das ist unfair, es ist deren Geld, aber wer so viel Geld für solche Skins ausgibt und dann in dem Game aber auch gleichzeitig reinscheißt, das ist ein anstrengendes Thema. Ich finde es nicht geil am Ende, aber ich nehme das mit den Dummbauern raus. Jeder muss mit seinem Geld anstellen, was er will. Auf jeden Fall weiß man ja vorab, was in dem Paket ist. Und ihr wisst, ich spiele seit einem Jahr Hardcore Escape from Tarkov. Ich liebe dieses Game. Kein anderes Game, nichts COD, nichts anderes hat jemals so ein Feeling in mir ausgelöst wie Tarkov. Der PvP ist mega gut, die Game-Mechaniken. Ich bin großer Fan von realistischen Waffen. Man hat realistische Waffen, Aufsätze, Heilung. Es gibt ganz, ganz viel realistische Aspekte, die mir persönlich sehr viel Spaß machen. Und der Entwickler davon ist Battlestead Games. Und Battlestead Games hat einen Activision-Move gebracht, den wir nicht mal von Activision erwarten würden. Und das Forbes-Magazin, Dixerto, Charlie Intel, GameStar nennt eine Quelle und sie alle berichten darüber. Escape from Tarkov ist komplett am Brennen und es ist ein absoluter Skandal. Und ich werde euch alles darüber jetzt erzählen. Und um einen Überblick zu bekommen, bräuchte man nichts anderes tun, als einfach nur Escape from Tarkov eingeben. Und unter der, das ist ja gesponsert, Escape from Tarkov Homepage, haben wir es hier schon. Ekelhaft viel Pay to Win. Tarkov löst mit neuer Edition heftige Kritik und Boykott-Pläne aus. Dieses Videospiel sorgt mit 250 Euro Edition für Ärger. Escape Pay to Win Wahnsinn für 250 Euro. Fans laufen, Sturm. Jede Seite, jeder Journalist, alles, absolut alles ist aktuell in Flammen und es ist wohl gerechtfertigt. Escape from Tarkov hat vor vielen Jahren verschiedenste Editionen rausgebracht. Ihr könnt der Standard-Game kaufen. Tarkov ist immer noch ein Beta-Game. Es ist immer noch nicht fully released offiziell, obwohl es eigentlich alles hat, was ein Full-Release-Game hat. Das ist aber eben von den Entwicklern Battlestead Games seit Jahren die Erklärung dafür, dass es eben noch Bugs gibt, Probleme, Sound und solche Sachen. Es gibt ne Standard-Version, die konnte man und kann man immer noch für, ich glaube, 38 Euro plus Steuern plus Paypal-Gebühren bezahlen. Battlestead Games als Entwickler sieht nämlich nicht ein, dass wenn ihr das Game kauft, dass sie für euch die Paypal-Gebühren übernehmen. Ihr müsst es selber machen. Das heißt, ihr habt dann ne Version, die kostet um die 45, 50 Euro insgesamt. Dann gibt es verschiedenste Aufstufungen. Kleine Vorteile in diesen Dingern, ohne dass das wirklich aktiv Pay to Win ist. Ein bisschen größerer Stash. Ihr habt ein, zwei andere Waffen am Anfang eines Wipes. Alle sechs Monate wipe das Game. Ihr fangt von vorne an sozusagen. Und es gab die finale sozusagen, große Edition, die Edge of Darkness Edition. Die hat lockerflockige 150 Euro gekostet. Hat sehr viele Vorteile gehabt, die ich mir nach zwei Tagen Standard Edition gerne geholt habe. Ihr könnt von der Standard auf die EOD hochgraden und zahlt dann eben die Differenz. Das waren lockerflockig 150 Euro. Hat sich für mich aber von Anfang an gelohnt. Denn es gab eben ganz viele verschiedene Boni für den Anfang des Wipes, die mir ein bisschen helfen, die ich cool finde. Es gab einen Sicherheitscontainer. Es gab also sehr viele Vorteile, für die ich gerne bezahlt habe. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, 150 Euro für ein Game, was ich seit einem Jahr spiele und in dem ich 2500 Spielstunden habe. Ich will ehrlich sein, das ist ein absolut fairer Deal. Ich komme in COD pro Jahr nicht mehr annähernd auf so eine Spielzeit. Und da muss ich jedes Jahr aufs Neue 70, 80 Euro zahlen. Die EOD-Version hat auch ein großes Versprechen gehabt und das ist das Thema. Alle zukünftigen DLCs, alles was an Download-Content für Escape from Tarkov zukünftig kommt, sollte für Besitzer der EOD-Version automatisch kostenfrei dabei sein. Das ist ein wunderbarer Deal. Alles was dieses Game bis zum Full Release bringt und danach kriege ich als EOD-Besitzer umsonst dazu. Dafür habe ich aber auch einmalig mehr bezahlt als alle anderen. Battestead Games braucht Geld. Sie haben sich mit einem Side-Game, Tarkov Arena, ist im Prinzip Tarkov Mechaniken, nur eben auf eine kleine Arena zusammengeschrumpft sozusagen. 5 gegen 5, 6 gegen 6, 4 gegen 4. Hat sich komplett verkalkuliert. Spielerzahlen sind komplett auf Null. Das Game hat komplett gesackt und sie haben hunderttausende Millionen an Promokosten die letzten zwei Jahre für Gamescom-Auftritte und sonstiges ausgegeben. Und dadurch, dass man das Game einmal kauft und es keinen Battle Pass gibt und bis vor kurzem auch nichts, was man ingame kaufen konnte, um die wirklich für Skins und sonst was zu unterstützen, brauchten sie Geld. Und anstatt aber coole Handschuhe reinzubringen, vielleicht Skins, die man nicht auf Waffen tut, das würde nicht passen in dem Game, aber eben für Koffer im Game, für Item Cases, für alle Sachen, wofür wir Spieler alle gerne einfach Geld ausgeben, haben sich entschieden, komplett auf die Community zu scheißen, komplett alle anzulügen und haben, nachdem es die IUD-Version nicht mehr gibt, einfach eine neue Version rausgebracht, die insgesamt, wenn ihr das Game nicht habt, 308 Euro kostet. Oder ein Upgrade, wenn ihr IUD schon gekauft habt, 150 Euro damals, nochmal über 150 Euro, wo ihr noch mehr Boni habt, größere Pockets, noch mehr bessere Waffen am Anfang. Euer Charakter ist von Anfang an des Vibes stärker als der von einem Standard-Account, den man dann erst hochleveln muss. Und ein PvE-Modus. Das heißt, Arena Tarkov ist für die ein DLC gewesen. Arena Tarkov war für alle IUD-Besitzer gratis, schon mit drin. Der PvE-Modus, der genauso einfach nur ein anderer Modus ist, ist für Nikita, den Headchef von Battlestead Games, kein DLC. Was bedeutet, ihr habt die 150 Euro-Version, jetzt kommt aber Content, den ihr trotzdem nicht bekommt, obwohl es versprochen ist, es steht im Kaufvertrag drin, dass ihr alles an DLCs umsonst dazu bekommt und sie bringen einen PvE-Modus, für den sich viele interessieren. Es gibt nämlich seit Jahren einen illegalen Ableger, der heißt Tarkov Singleplayer. Da könnt ihr offline, alleine gegen Bots spielen, ohne Cheater, ohne alles. Und dieser Offline-Modus hat sehr, sehr viele Fans in der Community. Und genau diesen Offline-Modus hat Battlestead Games einfach jetzt kopiert und hat gesagt, wenn ihr den haben wollt, braucht ihr nicht die IUD-Version, sondern die neue Version, die ihr euch anbietet, ohne mit einem vorher darüber zu sprechen, kostet schlappe 308 Euro mit Paypal-Gebühren und Steuern. Nicht nur, dass alle EODler komplett verarscht worden sind, die dieses Game supportet haben. Ich meine, Leute, da haben Leute, ich habe es vor allem ja gekauft, andere vor vier Jahren, vor fünf Jahren, als dieses Game noch komplett in der Ruhphase war, da haben Leute 150 Euro ihres Geldes investiert, um die Entwickler zu unterstützen für eine Idee. Mehr war dieses Game nicht. Eine Idee, ein Versprechen in die Zukunft. Und in dem Moment, wo der Entwickler all dieses Geld hatte und Neues haben wollte, haben sie was gesagt? Genau, Nikita hat ein Interview veröffentlicht und gesagt, das stimmt. Er wird jetzt einmal abchecken, müsst ihr euch vorstellen, dass er das wirklich gesagt hat, er wird abchecken, wer die True Believers sind. Also er möchte jetzt anhand dieser Entscheidung auch mal gucken, wer eigentlich die Hardcore-Fans sind und wer nicht. Das heißt, wenn ihr vor fünf Jahren den Entwicklern, die noch nichts fertig hatten, 150 Euro vorab in die Hand gegeben habt, für das Versprechen, dass sie ein gutes Produkt herstellen, werdet ihr drei, vier Jahre später als ungenedig Idioten bezeichnet, er guckt sich an, welche Cash-Cows er richtig schön melken kann mit dieser neuen Version. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der diese neue Tarkov-Version für 308 Euro kauft, ist nicht mehr ganz bei Sinn. Bitte, wirklich, das sind 308 Euro für ein paar kleine Features und einen schlechten PvE-Modus, während alle anderen schon die Hälfte dafür bis vor einem Jahr gezahlt haben und diesen Content nicht bekommen, obwohl es versprochen ist. Und das, Leute, hat für so viel Aufruhr gesorgt, dass die größten Streamer wie Landmark, deutsche Streamer wie Maya, dieses Game deinstalliert haben, was unglaublich ist und gesagt haben, es reicht. Die gesamte Community, selbst die Mitarbeiter von Battlestead Games, es gibt Emissionaries, das sind Leute, die Zwischenentwickler und Spieler und Community so ein bisschen verbinden und vermögen sollen, selbst die wenden sich ab und sagen, nein, wir können und wollen das nicht akzeptieren. Und wenn ihr auf die verschiedensten Homepages geht, selbst die Computer-Bild schreibt darüber. Es ist absolut insane, dass eine gesamte Community, das habe ich so noch nie erlebt, so einig ist, dass so etwas von einem Spielerentwickler nicht geht. Und die Tatsache ist, ich liebe dieses Game. Ich wäre bereit, viel Geld für dieses Game separat auszugeben. Ich wäre absolut bereit, Geld in dieses Game für Handschuhe, für meinen PMC zu investieren. Ich wäre absolut bereit, für Skins, für meinen Charakter Geld zu investieren. Einfach, weil es ein Game ist, was mir Stunden über Stunden Fun bringt. Dieses Game hat dafür gesorgt, dass ich meinen Twitch-Stream und die Qualität davon und den Fun, den ich am Stream und Game habe, komplett neu entdeckt habe, was in COD schon seit Jahren nicht mehr war. Viele Spieler, und dieses Game hat Hunderttausende von Spielern, super viele Spieler von uns, Creator, sonst was, sind bereit, Geld auszugeben. Es geht nicht darum, dass niemand Geld ausgeben möchte. Und es ist krass, dass man ein Game, was man so viele Stunden spielen möchte, für theoretisch 39 Euro Standardversion kaufen kann. Aber dann muss man als Entwickler sich eben etwas einfallen lassen, was nicht Scam ist. Bettepässe, sinnvolle Waffenskins, Itemskins, Handschuhe, die man beim PMC sieht, die vielleicht cool aussehen, Tattoos, gewisse Kleidungsstücke. Es gibt so viele Optionen, die man nehmen könnte. Aber als Entwickler zu sagen, ich scheiß auf alle, die uns unterstützt haben, von mir aus können die alle gehen, ich will wieder neues Geld haben. Und bringt so eine Scam-Version raus, ist der größte Bullshit, den ich meiner gesamten Zeit als Streaming-Creator-Spieler gesehen habe. Und das sagt jemand, der seit Jahren Activision verfolgt und der jeglichen Scam eigentlich schon gesehen hat. Ich weiß, das ist kein COD in dem Sinne, aber ich wollte gerne mit euch darüber einmal sprechen, weil ich dermaßen sauer darüber bin und dermaßen enttäuscht, dass Leute wie wir, die in solche Games und auch solche Ideen viel Geld investieren, weil sie daran glauben, dermaßen verarscht werden. Battlestead Games versucht jetzt seit eineinhalb Tagen, das Ganze so ein bisschen wieder aus dem Feuer zu kriegen. Ich glaube aber, dass nicht nur viel Vertrauen hier verloren gegangen ist, sondern auch viele Spieler und Creator, die sagen, ich habe mich ausreichend verarschen lassen, ich bin nicht mehr bereit, es weiterzutragen. Ich hoffe, Leute, ihr habt trotzdem ein schönes Wochenende. Ich habe euch lieb, haut rein.